Füge Gegnern Schaden zu, während du unter dem Effekt des Flusses Sticks stehst. Insgesamt müssen wir da 300 Schaden machen. Wir machen den Auftrag kurz einmal zusammen. Der Fluss Sticks ist natürlich hier das komplett grüne Wasser. Also wo ihr euch da ins Wasser begebt, ist total egal. Sobald wir im Wasser sind, haben wir dann auch den Effekt. Ich in meinem Fall mache das Ganze hier bei The Underworld, da dort noch auf den Gegner mit landen. So, hier angekommen, besorgen wir uns natürlich erstmal eine Waffe. Dann begeben wir uns hier runter einfach ins Wasser. Okay, das war etwas sehr hoch. Falsch Schaden sollten wir natürlich nicht kassieren. Kurz einmal hahlen. So, jetzt hören wir es hier auch schon rumballern. Jetzt suchen wir uns einfach einen Gegner. Na, wo ist er? Okay, nee, hier links. Okay, dann haben wir da den Gegner. Den nehmen wir kurz. So. Das sollte natürlich noch nicht reichen. Im Höchstfall haben wir bei einer Elimination 200 Schaden gemacht. Jetzt brauchen wir noch den Gegner. Den nehmen wir den Kurztag. Und wie ihr seht, ist der Auftrag damit dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo. Und darum, bis dahin sehen wir uns zum nächsten Club. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020